Liebe Viktoria-Fans, wir befinden uns hier gerade direkt vor den Stilplätzen im Höhenberger Sportpark, die für euch am Samstag geöffnet sein werden. Ja hallo Viktoria-Fans, ich hoffe, dass ihr am Samstag noch mal zahlreich uns unterstützen werdet. Der Stehplatz von euch ist am Samstag geöffnet und da ich ja weiß, dass ihr immer gerne auf der Gegend gerade steht, hoffen wir natürlich auf zahlreiche Unterstützung. Die können wir am letzten Heimspiel natürlich gebrauchen und deshalb bitte ich euch um zahlreiche Unterstützung. Also seid dabei um 14 Uhr am Samstag gegen den FC Schalke hier im Höhenberger Sportpark.